du bist bei mir nicht du liegst der ist auch gut oder nicht schwimmen wenn du dich bewegst verlierst du hp und nachdem du die crafting bench gebaut hast kannst du diesen diese superforge smelter den kannst du dann bauen oh shit was gibt es zu viele gegner was das dann goblins oder was goblin goblin brut und ich habe noch drei von den würfeln ja groß noch einen sperrwerfer und dann noch kommen die hier nicht hoch nee so nicht aber die schlagen natürlich die steine kaputt mit dem bogen repaaren das ist ein richtiges goblin dorf naja achte von ok da ist eine sniper position voll das artilleriefeuer ja was wir haben doch irgendwie samstag ist hier und sonntag ist da oder andersrum auch der fall war erbärmlich warum kann ich wieder aufsamen die pfeile ich sehe doch hier wir sollten nicht wieder einsammeln können wir sind durch black metal portal gegangen beim trader seite mit auf der insel vom trader ja ist das die insel vom trader ja ich wollte mich nur gerade mal kurz 33 prozent stand da gerade wenn man die zähmt kann man dann auch auf den reiten oder kommt der der big boy big daddy rich ich kann euch nicht viel helfen ich habe kein stuff mehr egal der lacht so der ist richtig der rastet manchmal richtig aus ist bestimmt vielleicht keine ahnung der rastet noch okay es hat sich hingesetzt um zu sterben okay mit ein schild also das ist der black metal warum sind so ketten drauf weil du chains brauchst für die sachen deswegen habe ich mir auch nur das tower schild gemacht du haben nichts geupgradet weil unsere chain und so chain supply ich habe sogar dieses mal daran gedacht so den style auszuwählen jetzt habe ich auch jetzt habe ich es auch ich weiß nicht wie es geht zu mir oh nein oh und heute zeige ich euch die basics vom streaming und wie das alles geht das erfahrt ihr in diesem video bleib dran und oh 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 diese fackelträger sind auch nicht zu unterschätzen es muss natürlich hier so ein grailing ankommen ja richtig so ins gesicht das ist meine leiche aber mit dem black metal schild geht das wo ist denn der goblin boss macht man die karte auf aber so ganz weit raus ja okay du kannst pingen da seid ihr schon mal gewesen okay also ich bin hier gestorben wie machst du das war so wie ein meter ich habe auch noch 25 die haut ab sie hat ich wollte gerade durchs portal aber ich habe glaube ich noch no skill drain gehabt ja zum glück sie kommt zurück jetzt habe ich das geld an der ok no skill drain alles klar die schießen auf ihre eigene leute und schon fleisch komm schon und schon das ist für magic schilder abgeht die die geben so protection darf so weil ich so nicht noch nicht strong genug sind ist der goblin könig auch so ein caster ja 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 stand ja auf der tafel drauf das ist magic castor ist die das scheint ja das scheint aber der mensch zu machen was hat er denn da getötet die pflanzen die ich wollte die luft aufgelöst die luft aufgelöst ne ich meine wirklich so strange down ganze black metal und dann ab zu seiner leiche ja gop top was du jetzt wird schlangen ja oder so knochen oder so shit gekon wenn denn hat shit in my pants oh 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 geschubst von hinten oh 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 nice ein nackter wikinger kommt dadurch ich bin mir nicht sicher ob ich da auch durchgehen möchte direkt im saunaclub gelandet oh ja oh ja oh ja schlangen schuppen habe ich bekommen ja ja siehst du deswegen ist er die hier gestorben ist mir egal wie der ist ich fand ich denn um den kennenzulernen ich war kaputt zu machen ja also von hier oben aus könnten erfahren ja dann let's do that warte mal wo ist das nächste portal hier unsere heimatbasen ja genau hätten wir abbauen können uns in eines der großen boot zu stellen ich halte mal hier rechts an der insel schließt mal auf dann brauchen wir dein boot ab und fahren mit dem einen boot weiter aber nicht also ich muss hier ein bisschen weiter noch fahren weil ihr sumpfgebiet ist ja ja oder kommen sie schon ich komme einfach wir brauchen nicht unbedingt die materialien von dem boot oder nee kannst du dein boot weg fahren mein boot steht bleib stehen oh oh shit sorry nein nein wieso wieso ich dachte du bist schon drin ich kann die fahrt ich kann die fahrt ich kann die fahrt oh nein oh nein du solltest nicht schwimmen nicht schwimmen wenn du dich bewegst verlierst du hp oder ich verliere so oder so hp ja geil wäre ich weiter geschwommen wäre ich auf der insel drauf gewesen ja wir bauen ein portal ja i'm sorry doch nicht schwimmen nicht schwimmen ja das problem ist wenn das boot da kaputt geht dann äh sind die sachen einfach lost das lernen wir daraus liebe kinder nicht betrunken mit dem boot fahren ja es kann sein dass ich das eine portal da abgebaut hab damit ich das mitnehmen konnte zum nächsten berg berg das kommt ja ja das kommt ja das kommt das kommt so lecker wer fährt eigentlich das boot jetzt guck dir das mal an wer geparkt nice der equalizing nicht stimmt ich glaube du bezahlst trotzdem für die tausende leitung ich glaube der hört uns wieder nicht mach mal lauter du musst lauter machen aber macht der auch so nackt tausende ja klar ach die sind durchs feuer gelaufen die mongos ey nicht ich die das schick die 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 Ich mache hier einen Kanal rum, damit wenn hier Monsters kommen, die da reinfallen und nicht hier rüberkommen. Weil wenn ich hier jetzt nämlich eine kleine Base gleich hinsetze, ein Basis-Camp, können ihr höchstens durchs Wasser schwimmen. Aber das machen die eigentlich nicht, oder? Wenn der Landweg vorhanden ist, werden die versuchen den Landweg zu gehen. Oh, drei Goblins, ne. Das... Gott, fuck, scheiße. Lauf durch das Scheiß-Tor durch, nein! Oh, wenn du eh nicht blocken kannst, dann leg doch den Schild ab. xD xD Kieren raus! was denn hier bei mir liegt jetzt hier auf dem boden so hoffentlich nicht gerade einmal umgerannt um die base in deine phrase rein scoblin hesslon kommst du ja nicht hoch das tut mir aber leid er wirft steine gegen die base ich dir vor der base zu mongo kommst du und der krieg ja blüten wer kriegt blüten die mögen dich ja für die weiß capes wollen wir die noch machen oder was ach hier ist ja der beschwerung solz ja 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 dann ciao bis zum nächsten mal ja ja